Bibi und Julian können sich kaum noch retten. Post erhalten sie wohl jeden Tag. Sie haben auch mehrere Millionen Follower. Da erhalten sie natürlich immer wieder Pakete von großen Firmen, damit sie davon Werbung machen können. Doch diesmal wollte Bibi eigentlich nur einen Eimer bestellen, erzählt sie im Video. Was dann passiert, schockt sogar Bibi. Julian hat das Ganze gefilmt. Ein Paketbote bringt ihr mehrere Pakete und sie ist total überfordert. Schaut euch das Video an, was Julian gefilmt hat. In der Beschreibung gibt es übrigens tolle Sachen von Bibi. Also, gerade eben hat der Postbote bei uns geklingelt und wir beobachten ihn jetzt locker seit 5 Minuten. Der hat bis gerade Pakete auf seinen Wagen geschaufelt. Ich habe keine Ahnung, ob das alles für uns ist. Eigentlich habe ich nur einen Puntseimer bestellt. Oha, ist das alles für uns? Ja. Okay, ja, ich helfe Ihnen am besten mal. Klingelingeling aus Afrika Klingelingeling noch einen Schritt Klingelingeling und du kommst mit Es kommen noch mehr Pakete. Bianca, du sagst mir, du hast nur einen Puntseimer bestellt. Ich wollte doch nur Puntseimer. Laber kein... Ein Puntseimer... Du hast dir ein... Nein! Hilf mir mal. Vergiss es. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Okay, danke. Danke. Tschüss. So, jetzt bist du mir eine Erklärung schuldig. Was ist das? Was ist hier gerade passiert? Ich weiß ja nicht, ob ihr Bibi's Story schon gesehen habt. Es ist ein bisschen Post angekommen und gerade hat es schon wieder an der Tür geklingelt. Eure Meinung ist gefragt. Wie findet ihr das Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne unter dem Video kommentieren und checkt diese Lab abonnieren. Ich hoffe, es gibt es ein bisschen abajo. Ein Punkt. Wie finden Sie ein neues K implementation. Jubel Reich.